so hallo herzlich willkommen zurück dem gernpol wo ich jetzt hier erst mal direkt weiter rumjetten kann in der finsternis der untersee in der hoffnung noch mehr zeug zu finden. zum beispiel diesen man warum greifst du nicht an? ich verstehe nicht. na gut, dann halt nicht. ah ja das hier zum beispiel ist ja doch sehr ganz krankreppig. oh das ist das havas der flugkorps auf jeden fall was ist denn nun mit ihm hier? sieht der mich nicht oder was? hallo? bin direkt davor. was ist denn mit ihm ey? die scheinen ein bisschen verbuggt zu sein die leute hier aber gut, was solls jetzt soll ich nech ah, jetzt auf einmal. ok 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 big game hunt hier ok jetzt in the gunpool da fahr ich jetzt auch mal wieder hin da muss es ja irgendwann was krasses für geben soweit hab ich diese Crespys jetzt auch noch nicht gemacht Ok... alles klar jetzt sieh ich mich mal direkt wieder hier und guck mal was da oben ist Hier werden wir es tardeitas für das Wer bist du, mein Sohn? Müll Das beschädigt, glaube ich, nur Ah, oh Gott, Terror minus 10, aber Fragments minus 100, das ist ja richtig scheiße Kann ja gar nichts Ähm Noch wieder so wenig Food, einfach total schwellig zu mir Kann ich aber auf jeden Fall noch Zeug erhalten Calonate, Supply the relevant Flash Merchant Papile Port Report Test for the bone Nein, immer noch nicht Nein, immer noch nicht Nein, immer noch nicht Da war Abzug als hart. Merkt er nicht oder was, was soll das denn? Ach nein, er hier. Fuck off ey. Richtig. Hey, die Fresse. So. Ich stehe mir wieder auf den Zeiger. Muss ich wohl doch zunächst einmal zu Carl's Shadow fahren. Ah, Crade of Human Souls. Ja, wer aber das nicht mehr gebrauchen könnte. So. Okay. Okay. Gathering of Anarchists. Okay. Determined Doctor. Okay. 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 Support, jawoll. Ja, muss jetzt einfach gemacht werden. so ja, Captivating Treasure für 1000 Echos ist okay davon wird man noch ein paar finden ich fahre jetzt erstmal den Brief wegbringen da mal gucken da muss ich noch mal gucken wie viele von diesen Foxfire kennt es sich noch ab 11 was bist du denn hier Wreck of the Nocturne ich glaub da konnte man rein mit Foxfire candles wenn mich nicht alles täuscht ging das mal sehen jawohl halloween Emptiness returned is well known and proven by the webs stretching across its batted hull so okay 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 so Nativity wow ich habe gerade gar nicht gesehen oder nicht drauf geachtet irgendwie wo bin ich denn jetzt hier ah ja irgendwie wollte ich auch noch nach Frostfound und äh eigentlich überall hin so 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 okay okay so 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 woods können and and so 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 Das war's. Ja, jetzt hängt er da fest und macht gar nichts. Auch geil. Dann get dusted. So. Was geht denn hier so? Okay. Heart of Tree of Ages. Ich glaube, das kann ich irgendwie auch abgeben. Oben in dem... Wie heißt es denn noch? In Ichwanderbite Wither oder so. Wie ist es denn eigentlich gehen? So. Was geht denn hier ab? Ah. Ah. Ah! Ah! Okay Wie geht das jetzt? Ah! Wir haben jetzt nicht viel Schaden verursacht. Das wäre jetzt nicht so mega krass. So! 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 Sieht nach Estival aus. Und das ist es auch. Anscheinend. Jawoll! Terror ein bisschen hoch gerade. So! So! Oder Ja! Eigentlich schon. 10 Supplies aber auch. Wow! Okay! Hier wird wohl keine Shops geben. Dann geht's noch direkt weiter. Irgendwie... Wie mache ich das jetzt am besten? Wahrscheinlich fahre ich über Visage. Und dann nach Westen. Ja... Müsste irgendwie so klappen. Hoffe ich mal. Nach Nutziger müsste ich vielleicht sogar noch kommen. Oh! 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 Ein uphow! Meuerne... simple photoreport, ja! Achso, ja! Ja, das geht wohl nicht. Okay. Journey Festival könnte ich vielleicht auch machen. Okay. Nope. Das ist ja der Constant Companion, ich wusste, ist. 40 Damage. For real. Da sollte ich davor besser auftauchen. Hätte ich mehr HP, würde es ja sogar gehen. Jetzt habe ich halt noch 100, äh 210. Das heißt, hier muss ich mich dann wohl schon ein bisschen beeilen. Terror unfassbar viel. Fırr developmental 안�fristet. Das ist nichtbricht. Der Fall war der Fall die Möglichkeit. Und jetzt bin mir hoch. Das wäre blöd, würdeisch? Ja, das würde ich dir mich noch freuen. Dann hätte ich mich sagen. Das wäre doch irgendwie viel. John'dizedek. Dann wären wir hier korrelang, wurde esама 1. Hier ist kein progressives. Ich glaube Healthcare..." Ich könnte theoretisch noch gehen. Brief of Rose ist... Visage, oh Mann ey. Ja, ich glaube bei Visage kann ich ein bisschen Terror verlieren. Das ist schon mal nicht so schlecht. Brief of Rose ist... Muss ich gleich nochmal nach unten... Nee, mach ich einfach nicht. Das mach ich nächstes Mal. Das wird auf jeden Fall eine knappe Kiste werden jetzt. Mit 7 Fuel... Kann ich es noch nach dem Video schaffen. Hätte ich mir auch mal eine Flair mitnehmen sollen. So. Hm. Hm. Nein, das war's. Shit. Jetzt habe ich natürlich immer noch den Terror. Ich habe verdammt wenig alles einfach. Nach... Wer ich es schaffe nach... Nunzio zu kommen. Ich zumindest... Einige Sachen wieder aufstocken. rastet! So. Ok. Lutsch. Oh, there up there? No. 80 terror? Yes. Agh! So. Er ist so. Da wird immer noch die Flair her! Äh! Keine Lust auf zu viel Terror! Frage? Komme ich hier noch irgendwie? Ja, ich könnte jetzt, wenn ich hart in Nordwesten fahre, kann ich es halt zu Demo Island schaffen. Das wäre schon mal sehr gut. Dann könnte ich die Cannoneer-Story. Der Dastig. So. Der Ports ist hier, ist hier oben, kann ich von da aus direkt weiterfahren, ich hoffe einfach ich schaffe es mit dem Terror noch, aber 74 Terror ist halt schon okay, jetzt wieder. Ah, hier ne Fresse. Auch immer irgend so ein Boy, der da rumfährt. Ah ja. War nicht. Fresse. Noch ein Crew verloren, oh mein Goooood. Okay, wo ist das hier? Ja gut, aber war auch jetzt ein harter Trip, ne? So. Sekted, ja. Okay. Wo ist das hier? Ähm. Moment, da, da, da. Extra Move. So. Ähm. 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 Wakeful Idol. Monster's Tooth. Okay, muss ja nochmal eben mal und aufschreiben hier. Was ist sonst irgendwie. So. Was ist das denn hier? Oh, überall diese Zettel mit ganz viel Japanisch drauf. Was ist das? Oh. fucking Schreibübungen überall. So. Jetzt hab ich's gefunden. Also. Flug, also. Ich glaube, ich glaub, das ist der Flugkorps, habe ich ja schon. Cargo habe ich ziemlich viel Gather Intelligence erstmal Okay, 5 Euro dazu erhalten ist nicht so geil, aber 66 Euro ist nur noch nicht so schlimm Okay Ah, okay, alles klar, ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich Ähm, musst du wahrscheinlich weg Bist du das Intellect einfach verkaufen, ey So, dann Peak Mode Isle, Demo Isle, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Demo Isle ist irgendwie sinnvoller Bis jetzt sieht es ja auch so aus, als würde ich es auf jeden Fall noch schaffen Sollte jetzt tatsächlich auch nicht mehr die Engine zu hart überhitzen Damit mir hier nichts mehr passiert Get dusted Get dusted Sollte jetzt So, jetzt werde ich hier Bargain with the Factor for Secret Bargain with the Factor So... My portreport hat seine Assis mal. Ja. Boi. Wenn sie hacken Es geht bei ihm Plastik 3 Supplies ist gerade auch gar nicht mal so scheiße Ich könnte noch unterfahrend hier noch mal ein bisschen was Revealen Warte Ah, das war vielleicht wieder mal zu gefährlich Aber das hier gefällt mir gerade recht gut Dass ich das Ding entdeckt habe Depot A Beziehungsweise Station 3 Ich muss ihn näher hin entdecken Um dort Los zu werden So Deliver a long box Okay, now these make a delivery Okay Okay Ja, Return Later Weiter geht's So 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 Ja. Oh. Mhm. ok ok ja weniger Terror, auch gut oh ok ok, das wird hier wohl irgendwas anderes noch erhöhen ja, komm ja, dann haben wir Intelligence das war's Abfahrt knapp zum Qmian-Kanal ich kann über Mountain Island zurück und man ist einfach da füge ich jetzt noch mal runter zu All Republic könnte ich da natürlich auch noch ein Portrait-Port einholen will man das? weiß ich nicht eher lieber hoch ich folge mal langsam hin he 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 so nein, das ist nein ja so für Surface Gossip sowieso other information report ok 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 jetzt habe ich schon wieder so wenig Terror, dass es eigentlich gehen würde ja 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 jetzt ist die Musik wäre da gewesen, es wäre auch aufgefallen wie es hieß ja 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 Was kann ich? Mitmach. Was kann ich? Was kann ich? Mitmach. Ach, das ist so gut, das ist natürlich aufwendig Hm Ja, ist egal Ich glaub die kostet da oben nur 70 oder so Meine Güte, diese Folge geht schon 40 Minuten, ey, voll krass Nein, ah, was mach ich denn nicht für'n Scheiß, ey So Mal gucken, ob da noch irgendwas ist Aha Da ist die Storys Da ist die Storys Da ist die Storys Da ist die Storys Aha Moves in the great game Ja, und jetzt wird gleich wieder der Spion wahrscheinlich am Start sein Nein Island Dog? Wat'n Island Okay, 20 geht Okay, 20 geht Es ist tatsächlich einfach fast egal Das ich soviel Schaden genommen hab' Moment, kann mich einfach eh nichts umbringen Außer Terror Okay Okay Zeit vorbei Happy Rock nochmal Krabbenmann da hinten Krabbenmann da hinten Was es sich besonders viel geben In... Abbey Rock ... 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